Warnung, dieses Video ist, wie man am Titel am Summler erkennen kann, einfach nur für die Hardcore-Abonnenten von mir, die wissen, ich bin absolut behindert und, ähm... Hier mal kurz ein kleiner Ausrund von dem Niveau, was dieses Video hier besitzt, und das ist mein Ernst, ich hab noch nie so ein unnötiges Video rausgehauen wie das hier. Ich hab eine Ka-Kartoffel, ah, Kartoffel, ich hab den Text jetzt verkackt, ah, Text verkackt, Kartoffel, Text verkackt, was laber ich hier, ah, Text verkackt, scheiße. Hallo und herzlich willkommen, YouTube zu einem neuen Video auf meinem Kanal, wenn ihr mich nicht kennt, dann kennt ihr mich auf jeden Fall nicht. Beste Aussage ever, Kiel, denn oh mein Gott, du bist einfach der krasseste Motherfucker auf YouTube, oh mein Gott, du bist einfach so, halt dein Maul. Auf jeden Fall hab ich das letzte Video, obwohl ich mich natürlich aufgeregt hab, trotzdem ein bisschen clickbait-erisch gestaltet, dachte ich zumindest, indem ich mir den Titel einfach WhatsApp-Prank geschrieben hab, gone sexual, in die Beschreibung das getan hab, in die Tags in Thumbnail, hat im Endeffekt einfach mal so 0% Klicks bekommen, deswegen dachte ich mir so, okay, nach langem Surfen im Internet, nach langem Nutzen von YouTube, weiß ich jetzt, wie diese Plattform funktioniert. Es geht nicht um clickbait, Thumbnail zu dotaten, es geht einfach nur um absolut null Niveau. Und deswegen war ich dachte so, was, auf meinem Channel gibt's so heftig viel Niveau, ja, da muss ich doch mal ein Video machen, was nicht so viel Niveau besitzt. Äh, wie alle deine Videos. Was hast du gerade gesagt? Ich sag dir, wie alle deine Videos. Alter, meine Videos, willst du mich gerade... Also, sag mal, ich glaube, du sagst, dass es gerade dein Ernst mal beziehungsweise auf die Schnauze klingt. Ich meine, ich meine, du machst die besten Videos der Welt. Hab ich doch gesagt, Alter, keine Ahnung, was du willst, Alter. Ich weiß, ich mach die besten Videos der Welt, Alter. Nächsten, ohne Spaß, Leute, heute ist ein recht niveauloses Video, und da bin ich auch ganz ehrlich zu euch, aber es ist auch das Letzte, weil das Nächste wird das KKK, also die Fragenbeantwortung auf FAQ-Video-Kacke von mir. Das war es, wenn ihr Bock darauf habt, einfach mal Kommentare in die Kommentare schreiben. Äh, ich glaube, schon wieder viel zu viel Scheiße. Also, einfach mal für Fragen, die ihr mir stellen wollt, in die Kommentare schreiben, ob es lustige Witze sind, unnötige Witze, sexistische Witze, dumme Witze, unnötige Witze, oder auch einfach sexistische Witze, oder vielleicht auch dumme Witze oder unnötige Witze. Ist eigentlich egal, was ihr da reinpostet, Alter. Ich hab das so für ein Bullshit, Alter. Ich hab mir gerade echt einen Slap gegeben, Alter. Ich hatte auch einfach... Weißt du, ich hatte das auch einfach faken können, indem ich auf meinen Arm klatsche. Ich geb mir einfach selbst einen Slap, Alter. Was bin ich für ein Untermensch? Naja, wie gesagt, wenn ihr einfach mal Fragen zu mir habt, die unnötig sind und auch ganz normal sind, oder sexistisch, Alter, ich fühl mich halt wie so ein Hurensohn. Naja, wie auch immer, wenn ihr Fragen zum nächsten Video habt, was übrigens wieder mal so ein richtig heftiges Video wird. Ich verspreche euch auch immer alles, dass ich beim nächsten Video wieder richtig lange dran sitzen werde. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, nächsten Sonntag einzuschalten. Aber bis dahin, einfach mal jetzt Kommentare unten mit dem... Am besten mit dem Hashtag KKK. Ist auch hier irgendwo eingeblendet, da ist die Chance für, dass euer Kommentar drankommt. Aber ansonsten auch einfach so Fragen stellen, aber mit KKK würde ich es natürlich bevorzugen. Und dann kommt ja wahrscheinlich nächstes Video dran und ihr könnt alles reinschreiben, wirklich, was ich machen soll, bla bla bla. Ja, und das war's auch mit dem Video. Und ich weiß, dass ich war mega behindert und wahrscheinlich nur für die Hardcore-Abonnenten unter euch. Aber ich hoffe, ihr feiert das trotzdem, weil ihr wisst ja, dass ich behindert bin und ihr solltet mich auch eigentlich nur abonnieren, wenn ihr meinen Humor ein bisschen verstehen könnt oder nicht. Also, auf jeden Fall werdet ihr wissen, wie ich bin im Himmel, ne? Ich kann einfach nicht reden. Dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr in dem Video einfach mal einen Daumen hoch gebt, falls ihr bis hierhin zu Ende geschaut habt. Aber ich weiß nicht, wie viele eigentlich mein Video zu Ende schauen von den ganzen Views. Ansonsten bedanke ich mich trotzdem für den ganzen Support. Ihr müsst euch mal vorstellen. Ich reg mich innerlich manchmal echt auf, wenn mein Video nur 600 Views hat oder so, ja, weil das ein Subbox-Fail ist oder so. Aber 600 Views und immer noch 600 Leute und dafür möchte ich mich einfach mal bedanken. Ansonsten war das einfach nur so eine kleine Ankündigung, dass ihr Fragen in die Kommentare schreiben sollt für das nächste Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen und im nächsten Video kommt auch noch eine Ankündigung, die die meisten von euch auf jeden Fall freuen würden, wenn die mir so ein bisschen auf YouTube verfolgen, mich verfolgen, ich kann nicht Deutsch sprechen, aber Alter, ich habe auch nie so eine Binder-End-Cut gehabt. Ja, haut rein, ich habe euch lieb und folgt mir auf Instagram.